Normal dürfte ich gar nichts dazu sagen, denn was hat Türkelmatz zu sagen? Oder wer nimmt ihn ernst, was im Blick steht? Manchmal muss man auch nicht immer ernst nehmen. Aber es ist natürlich eine Unterstellung, eine Lüge. Und ich habe mit Beat Ham ja ein sehr gutes Verhältnis. Wir tauschen uns immer regelmäßig aus und wir haben guten Kontakt und das ist alles abgesprochen. Und zu den Spielern Schakiri, Chaka, Mehmeti kann ich nur sagen, sie sind Stammspieler in der Aden-Artsnahrmannschaft. Also das Aushängeschild des Schweizer Fußballs ist die Aden-Artsnahrmannschaft. Und wir müssen uns weiterentwickeln und das ist unsere Aufgabe und unsere Pflicht.